Moin! Wir sind Julia und Jan von Jobseshaar. Und wir sind heute hier in Flintbeek bei Edeka Hauschild. Weil Uschi uns eingeladen hat, einen Blick hinter ihre Frischetheke zu werfen. Die Frage ist jetzt, wer von uns beiden wirft da einen Blick hinter? Das bedeutet, Shing-Chang-Chang. Auf geht's! So, dann bis zum nächsten Morgen. Tschüssi! Das sieht super aus. So, Uschi, ich bin Startklar. Sehr schön. Mein erster Tag in der Frischetheke. Du machst das Ganze schon ein bisschen länger. Ja, ich bin 14 Jahre jetzt. 14 Jahre? 14 Jahre. Was macht das Ganze denn hier aus? Also, wir sind so eine kleine, große Familie. Freundschaften schon daraus entstanden. Ja, meine beste Freundin habe ich auch hergeschleppt. Super. Was sind für dich so die Vorteile, bei Edeka Hauschild zu arbeiten? Unser schöner Pausenraum, die schöne Dachterrasse, die wir schön im Sommer ausnutzen. Wir haben immer einen schönen Obstteller. Also Abwechslung garantiert. Auf jeden Fall. Ich habe dich vorhin beobachtet, du hast eine Kundin direkt mit Namen angesprochen. Ja. Kannst du das bei jeder Kundin? Nein, leider nicht. Okay. Aber bei Fahrstudien. Was genau bedeutet das für dich, hinter dieser Theke zu stehen? Es macht mir Spaß, die Kunden glücklich zu machen. Es gibt viele Klönschnacks, habe ich vorhin mitbekommen, jetzt die Zeit zulässt. Wenn sie glücklich nach Hause gehen können, bin ich auch glücklich. Hast du deinen Teil dazu beigetragen? Auf jeden Fall. Perfekt. Und Jan, wie fällt dein Fazit aus? Top. Schau es dir an. Du sitzt hier mit einem leckeren Kaffee, im Sitzsack, wie hier im Strandkorb. Und unabhängig von der kurzen Dauer, die wir hier sein durften, hat mir das Team wirklich, wirklich gut gefallen. Aufgeschlossen, familiär, dynamisch. Top. Ja. Wer Lust hat, sich bei Edeka Hauschel zu bewerben, der kann sich da gerne melden. Und wir beide, wir trinken glaube ich jetzt noch gemütlich unseren Kaffee zu Ende und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Verteilrollbad. In diesem Sinne. Bis dann.